gemacht hat, so über den Tisch drüber rennen und alles runterschmeißen, ähm, dann bekommt man Kopfgeld, das ist doof, ja, die Schale war kurz weg und dann wieder da, gut, und die Männer versammeln sich hoffentlich schon fleißig, weil ich bin sofort abbruchbereit, ich mein Aufbruch, Abbruch, ähm, ja, genau. So, lalalalalala, es ist 19.07, ich mein 19.11 und es ist schon Nacht, na sowas, na, wo ist denn der Wachtturm? Ins Wasser jumpen, yeah, toll, das war jetzt mal, das war jetzt mal cool, das war jetzt mal voll actiony, da haben wir den, ah, den geborenen, unseren Kumpel wieder, der nicht sagt, der nicht mit uns spricht, wo ist denn, warum ist denn der Wachtturm so weit weg hier, von dem anderen Turm? Ist das der da? Ne, wo ist er denn? Ich seh nicht, seh nix, ah, das könnte der Wachtturm sein, oder auch nicht, ach ne, ich muss da raus, genau, weil wir jetzt anscheinend uns aufmachen und den Drachen bekämpfen, ja, ich kann das drehen, voll die Disco, voll Laser, hey, boah, ist das scheiße, ähm, jo, ich speichere auch kurz mal, dass ich nicht ganz so lange, ähm, irgendwas machen muss, dass ich wieder sterben sollte, hä, wo ist Map, sterben sollte und dann, äh, Ding, ist das der Wachtturm? Ja, schön, dann mal auf zum Wachtturm, ich bin schon ganz wach, ist das da unten? Ich spring einfach, toll, Was haben wir da, schön, ist nix, ah, das ist cool, oh, kite, yeah, im Schleichen, das sind Diebe, hey, das ist cool, kosten 210, da bin ich blöd, das kostet viel zu viel, ne, das mach ich nicht, ich hab hier meine Waffen dabei, damit ich nicht ganz so, ist das ein Stier? Ach nee, das ist ein Felsen, ähm, nicht ganz so hilfreich, äh, hilflos bin, weil ich würd gern irgendwas erlegen, jetzt, ich würd immer gern was erlegen, hoppala, falsche Taste, oh yeah, ach nee, scheit auf den Elch, oh Gott, das ist ein Elch, yeah, ich hab vergessen, wie Obelix macht, in dem Film, Wo er dann die, äh, komischen Hühner sucht, da wo er in, ähm, Indianien, ich mein, in Amerika ist, ach scheiße, er ist weg, und dann sagt er auch irgendwie so einen coolen Lockruf, den würd ich jetzt gern machen eigentlich, westlicher Wachtturm entdeckt, es ist hell, oder dunkel, und da ist irgendwer, ah ja, Wache von Weißlauf, ich dachte, er würd mich umbringen, ah, warum muss immer alles oben sein, Äh, ist das cool, oder was, wenn es da oben ist? Na, wo ist denn da jetzt, hä? Ich bin doch hier, ach, muss ich hier warten, oder was? Was, die Schlafmützen hier alle hinkommen? Äh, ja, hä? Hier ist ein Mammutzeichen irgendwo. Festung Graumor, da unten ist, also das hab ich schon mal gemacht. Aber da oben sieht man doch, das ist ein Mammutzeichen, na gut, ist ja wurscht. Ja, oder ich warte einfach mal hier, ich kann euch mal was warten zeigen, ich kann nicht warten, wenn Feinde in der Nähe sind, okay. Dann doch nicht. Was? Ach so. Töte den Drachen. Yeah. Da hinten ist er, glaub ich. Da ist er, ja, er fliegt. Cool. Lande, Drache. Böses Untier. Jagdbogen nehmen tut. Ich häng hier fest, nein. Yeah, der Drache heißt Mirnulmir. Ah, das ist ein Ding, Drache. Ein Blitzspeiner, ich häng hier doch nicht fest, cool. Und gehen mal, nein, jetzt hab ich meine, äh, Second-Waffe, äh, nicht wieder im Ding drin. Wo ist denn, genau, mein Stahlstreitkolben zu den Favoriten und jetzt, äh, kann's losgehen. Wenn ich mal die Dinger auskostet hab, jetzt, äh, kann's losgehen. So, mal zum Drachen hinrennen. Wo ist er? Ich seh ihn nicht. Ach, da oben ist er. Oh, scheiße. Es ist bloß dunkel, jetzt wegen den, äh, Dingern. Äh, wegen den hellen Lichtstreifen und so. Yeah, der Drache spricht ja, geil. Wow. Okay, ich könnte mal ein bisschen mich heilen. Ha. Oder von der Ferne aus angreifen. Ich glaub, das wär gesünder für mich. Ja, das ist ziemlich dämlich, was ich hier gemacht. Macht aber nix. Bin ich ja gewohnt. Also, Jagdbogen auspacken, so. Dann warte ich eben, bis er zu mir kommt, der Feigling, der Drache, der. Ah, da ist er. Ja, ich töte ihn jetzt so. Nein, ich töte ihn jetzt auf keinen Fall so. Ich werd jetzt warten, der muss mal runterkommen auf den Boden, hey. Ja, genau, ich treff den Drachen. Ja, kann der mal runter auf den Boden gehen, bitte? Das wär voll nett für ihn, hey. Er blutet auch schon so schön. Äh, dreh dich. Oh, oh. Ah, er ist am Boden. So, ätze aber. So, her damit. Äh, falsche Waffe. Jetzt da haben wir ihn. Und jetzt in your face. Oder auch nicht. Und ich treff ihn nicht. Ah, jetzt treff ich ihn, cool. Hoppala, das ist aber ein böser Drache. Äh, äh, Ausdauer. Ich mein, äh, äh, äh. Menü aufrufen geht nicht. Menü aufrufen geht nicht. Dreck. Der hat aber jetzt keinen Blitzschaden gemacht. Ich glaub, das war Feuerschaden, was der gemacht hat. Also, das gilt jetzt aber nicht, ne? Boah, scheiße. Hm. Hm, hm, hm. Ja, das stört mich jetzt ja gar nicht, hey. Und wie schon gesagt, ich bin jetzt hier, hab ich's schon gefunden. Oh Gott, ey. Jetzt darf ich da wieder hinrennen. So ein Scheißdreck. Ich speichere einfach jetzt jedes Mal, wenn ich irgendwo einen Drachen sehe oder irgendwas vermute. Oder am besten jede Sekunde. Hm. Doof. Äh, äh, äh. Also, das war jetzt mal ein bisschen scheiße, ne? Ich konnte nicht mehr mein Ding ausrüsten, hey. Also mein, äh, Menü aufrufen. Das war immer dämlich. Favoriten hinzufügen. Ja. Dreck. Oder ich nehm die Norddex. Weil mein Schild hilft mir an Scheißdreck. Also, ich könnte auch, weiß ich nicht. Mein Hemd ausziehen und müde durch meine Achselgeruch, äh, mich verteidigen. Das wäre das gleiche irgendwie, wenn ich jetzt da mit meinem Schild da irgendwie groß hochrenne. Weil, ich mein, Drache, böse, feueratem, ich hab ein Blitzschild. Das hilft mir nicht ganz so weiter. Stirb, Elch. Dich töte ich jetzt mit meiner bösen Klinge. Oder auch nicht. Ja, am besten verwende ich, also verbrauche ich, äh, das Frostschutzmittel an dem Elch und nicht am Drachen. Wo muss ich denn jetzt hin? Äh, Drache. Ach, da hinten. Ich probiere es gleich nochmal. Mit Nachkampfen, äh, mit Nachkampfen, weil es muss möglich sein, mit Nachkampfen, den zu töten. Es ist ja auch spät, da ist ja keiner bei mir, wo mir helfen kann. Und deswegen speichel ich erstmal hier. Himmelsrande. Jo. Aber so oft sterbe ich eigentlich gar nicht zur Zeit. So. Ich kann ja auch da blocken, also. Ich finde, ich schau cool aus mit meinem Drachen, äh, mit meinem Helm und so, mit meiner Streudachst. Ja. Der kommt von da hinten irgendwo, der Drache. Aber, äh, hoppala. Es wäre doch nicht schlecht, wenn man so ein bisschen Schild hätte eigentlich. Ich könnte mich ja ducken und so hochschauen. Ach nee, das geht auch nicht. Gut. Dann geht das auch nicht. Töte den Drachen. Ja, das ist ja mal einfach, ey. Ja, scheißegal. Jeder Ding rausziehen. Meine Streitachsen dann ein bisschen den Drachen verfolgen und Angst machen. Das ist alles mein System jetzt gerade. Einmal sterben, um den Drachen zu versichern, dass er mich tötet. Aber dann doch nicht. Genau. Ich bin am Boden. Geh runter. Es ist schon cool, gegen Drachen zu kämpfen, aber ich könnte halt, ich würde gerne selber fliegen. Das wäre ja schön. Der erste Drache ist immer am schwersten, ja. Ach, da ist er ja. Stimmt. Geh mal runter, du Drache. Nicht immer so viel fliegen. Ich habe keine Ausnahme mehr. Super. Ach, jetzt aber nicht runtergehen. Yeah. Ja, ich töte dich. Also, ich haue ihn ganz schön hier rein. Und er trifft mich auch gerade gar nicht. Nein, er trifft mich gerade nicht. Hey, tot dem Drachen. Ah, jetzt geht's. Objekte und Zaubertränke mal kurz wieder heilen. Ich habe keine Heiltränke mehr. Schön. Ich kill den Drachen alleine jetzt gerade eigentlich. Und mein... Ey, hallo, ich kill den jetzt. Ich habe ihn jetzt alleine umgebracht. Wenn das nicht mal ein Win war von mir. Yeah, durchsuch den Drachen. In your face. Was haben wir da? Da haben wir Stahlpfeile, 10 Stück. Drachenknochen, 3 Stück. Einer ist 500 wert. Drachenschuppen, das ist nicht ganz so viel wert, aber auch schön. 180 Gold. Jede Drache hat Gold dabei. Ist Egelauf, Fällstiffe brauche ich nicht. Weißlaufding brauche ich auch nicht, brauche ich nicht. Stahlkriegsachse, nö. Und einen Pelzhelm, einen hässlichen brauche ich auch nicht. Hoppala. Ich will mal drin stehen. Ich glaube, das heilt mich dann oder so. Ach nee, es geht in mich. Yeah, das ist cool. Richtig schön gemacht. Und ich habe jetzt also anscheinend die Drachenseele eingesammelt. Und ich habe das Wort der Macht gelernt. Und schaut euch mal nach, was das alles ist denn. Ich habe hier irgendwo, hier schreie, genau. Deine Stimme ist ungezügelte Energie und stößt alles und jeden zur Seite. Okay, wir können es mal zu Favoriten tun und dann mal ausprobieren später. Aber jetzt erst mal. Ich bin ein Drachenblut. Drachenblut, was ist denn das? In den ältesten Legenden, als es noch Drachen im Himmelsrand gab, töten die Drachenblut-Helden Drachen und stehlen ihre Kräfte. Ich stehle doch gar nichts, ich fleiße mir aus. Ich denke, ihr könntet recht haben. Unwissender Diener. Okay. Cool. Äh. Ich schreie gleich, also so langweilig ist das. Genau, und wo ist mein... Ne Macht, Y zum Schrein. Yeah. Fuck, das ist cool, nochmal. Achso, ist leer. Okay. Aber die alten Geschichten erzählen um den Drachenblut-Helden. Die Drachen-Türmen, die ihre Kräfte stehlen können. Zu denen gehört ihr bestimmt auch. Yeah. In deinem Face? Ha 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 ha. Das ist geil. Sag doch mal, glaubt ihr an diese ganze Drachenblut-Geschichte? Ja. Einige von euch sollten lieber ein Drachenblut-Helden in meinen Gelegenheiten vertragen. Und du? In diesem Drachen haben wir gelehrt, sich besser nicht mit Weißlaufhagen zu legen. Ich würde dann mal sagen, tschüss, ne? Ha ha ha, gefällt mir das, ey. Das ist geil. Aber ich brauche kein legendäres Drachenblut. Und was braucht ihr, hm? Äh, ein Tagebuchstandort. Okay, dann weiß ich nicht, was es ist. Yeah, ich kann es so anschauen. Ist das geil, hey. Ähm, gut. Dann, Ding. Ich will jetzt wissen, was das komische Zeichen, das komische Elefanten-Mammut-Gestöpsel-Zeichen ist. Aber jetzt mal speichern, stimmt. Speichern ist ganz wichtig. Der sechste Schwierigkeitsgrad. Jetzt, das spielt schon seit, weiß ich nicht, 130 Minuten oder so. Oder es kommt schon hin. Oder mehr, ich weiß nicht. Ähm. Und ich habe richtig Gefallen gefunden an dem Spiel. Weil...